Hoffentlich ein deutscher Satz, das schafft es. Ist das Holländisch? Ich würde tippen Isländisch. Das ist bestimmt Polnisch. Slowenisch? Aber nee. Das ist nicht Holländisch, oder? Das ist Schwedisch. Das ist die Sprache von Sarah. Sarah! Ach so, was ist das? Das ist Slowenisch? Oh, ist es Slowenisch? Oh, wirklich? Ich dachte, sie hatten vielleicht weirde Letters. Mit der habe ich noch nicht so oft auf Slowenisch geredet. Bis jetzt eher auf Deutsch. What? Das Spiel kann noch gedreht werden, wenn noch eine Minute übrig ist. Es sind fünf Minuten Nachspielzeit. Es ist die letzte Minute. Spiel bis zur letzten Minute. Ich trage. Ich hätte jetzt eher irgendwas gesagt, wie das Spiel ist erst mal, wenn der Schiri abpfeift mit Minute. Igra. One game is 20 minutes. Für Schluss ist, wenn der Schiri pfeift, ist der Satz ein bisschen zu kurz. Irgendwas mit bis zur letzten Minute oder sowas? Bis drei Nachspielzeit Minuten. Irgendwie bis zur letzten Minute probieren oder sowas. Kämpfen bis zur nächsten Minute. Bedeutung. Erst hätte ich gedacht, mit drei, ja, ich trage. Aber mit Minute passt das gar nicht. Irgendwas mit einer Minute. Irgendwas mit einer Minute. Das Spiel ist zu Ende, wenn der Schiri pfeift. Gibt es etwa bis zur letzten Minute? Jede Minute? Minute, sage ich. Igra, was ist eine Floske mit Minute? Was gibt es denn für eine Floske mit Minuten? Boah, keine Ahnung. Wahrscheinlich ein Spiel dauert 90 Minuten. Wow. Ah, ja. Das heißt, wir spielen 90 Minuten. Das Spiel dauert 90 Minuten? Richtig. Wow. Dividition. 90 Minuten. Vielleicht ein Training. Ein Spiel dauert 90 Minuten. Ein Spiel dauert 90 Minuten. Wow. Und das heißt, das Spiel dauert 90 Minuten. Das ist richtig übersetzt. Ja, sehr gut. Ja, sehr gut.